Köln-Port, Zündorf, die Zündower Grof, ein Naherholungsgebiet, ein alter Rheinarm, der jetzt aus zwei Seen und einem Bereich zum Spazierengehen besteht. Und hier habe ich irgendwann mal Abitur gemacht, hier bin ich groß geworden und hier ist auch schon seit langer Zeit ganz vieles verboten. Zum Beispiel darf man, wenn hier Eis ist auf dem See, nicht auf die Eisläche drauf. Und man muss an den Uferböschungen vorsichtig sein, hat die Stadt Köln extra aufwendig angelegt und die darf man nicht betreten. Und Tiere füttern darf man auch nicht. Die schönen süßen Enten darf man nicht füttern, steht hier auf diesem Schild nochmal extra ausführlich drauf. Unter anderem, weil das das ökologische Gleichgewicht durcheinander bringt und weil das Brot, das die Enten nicht fressen, wenn die nämlich viel zu viel bekommen, sich absetzt auf dem Boden des Sees und dann für eine Überdüngung sorgt, dann stinkt es hier ganz schön in Zündorf und das will niemand. Deswegen Tiere füttern verboten auf der Grof in Köln-Port-Zündorf und einiges anderes ist hier auch noch verboten. Verbote, die gibt's überall. Und weil Verbote überall sind, werden sie gesammelt und erklärt in diesem Buch. Dieses Buch gehört verboten. Also dieses Buch gehört all den Verboten, über die darin berichtet wird. Frank überall. Es ist untersagt. Warum Verbote uns verwirren und warum wir sie trotzdem brauchen. Jetzt im Buchhandel. Abonniose. Abonniose. Untertitelung des ZDF, 2020